und nun also wolf hat gesagt ich soll den voriges jetzt was erzählen das mache ich jetzt ich bin hier nämlich am arbeit ich suche gerade ein neues avatarbild für was für wolfs homo welt warum weil ich aufgestiegen bin zum beifahrer und jetzt suche ich ein schönes beifahrer foto du kannst ja immer nur moderator bleiben das ist ja langweilig aber so sind sie halt männer ende